Hallo, es geht weiter! Nach einiger Zeit für uns, für euch nicht. Ja, um einiges. Hallöchen. Ja, ist ne Weile kein Smash gespielt. Mittlerweile wurde auch das Neue gezeigt. Und ja. Wir sind wahrscheinlich beide gehypt. Ja, definitiv. Also... Ich will es haben. Aber... Es dauert noch bis Dezember. Aber gut, heute Rio gegen Lucas. Puh. Und ich... Oh nein, ich hab kein Glück. Warte, wo ist mein Grab? Scheiße! Oh nie, der ist in den hinteren Schultertasten. Oh nie! Oh Gott. Hä, das ist doch ganz normal. Nein, ZR habe ich das auf dem Gamepad. Wo ist der Unterschied? Du musst nur Deinen Zeigefinger-Manusen tun. Ähm, mag ich trotzdem nicht. Ha. Egal. Krieg ich hin. Krieg ich auch ohnehin. Oh yeah. Okay, erstens wird das wieder ne Umgewöhnung. Ja. Überhaupt. Das Ding ist... Ja, das ist auch. Das Ding ist, ich habe gerade noch vorhin mit meiner Freundin noch auf dem 3DS gespielt. Und jetzt muss ich erst mal wieder hier ungewöhnen, dass ich ein gutes Smash spiele. Weil ich habe nämlich die Steuerung auf dem 3DS, die ist halt echt alter. Ja, die ist ekelhaft. Weil der Delay ist ja dann noch schlimmer. Ich meine, wenn ich mit Mario nicht mal die Standard-Kombo hinbekomme. Wie? Der ist noch schlimmer. Genau. Äh, also normalerweise machst du ja hier oben, also ich sage jetzt mal oben A, diese Standard-Mario-Kombo, also der Down-Grab und dann, ne? Mhm. Und die bekommst du halt einfach nicht durch. Wie will man den nicht durchbekommen? Das ist übel. Ja, ganz genau. Uh. Egal, weißt du was? Ich mache keinen Feuerball. Und ich mache immer noch keinen Feuerball. Du bist doch nicht Marcy. Du darfst ihn nicht machen. Ja. Ah, okay. So viel dazu. Ah, ich weiß nicht. Ich mag Ness eigentlich ein bisschen mehr. Also... Ness hat halt den Crap, der super sexy ist. Mhm. Und der hat nicht... Ähm... Lucas! Also... Was denn? Ich hab dir ja vorhin schon geschrieben, so... Nachdem ich die deutsche Übersetzung des... Äh... Oh, fuck. Da kam die Rolle, weil ich eigentlich rennen wollte. Ähm... Ich hab dir ja vorhin schon die deutsche Übersetzung des... Der Down-Bee von Dr. Mario gesagt. Also... Mittlerweile habe ich echt alles aufgegeben, was deutsche Synchronisation und alles hier betrifft. Dr. Tanaro. Ist doch voll sexy. Oje. 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 Ja, das ist irgendwie... Ich hab jetzt... Wenn man eine Weile spielt und dann online spielt, merkt man auch... Auf einmal den Lake, wenn man halt... Online nicht gewöhnt ist. Ja. Krass. Hast du mir grad Schaden gemacht, obwohl ich mein Schild da hatte? Ähm... Ich weiß nicht. Der Feuerball, der haut dich nicht wirklich weg. Der macht nur Schaden. Vielleicht war's zu spät. Ja. Ja. Wuh. Äh. Äh. Der Chap... Oh, der Chap ist sexy. Wurde ich auf jeden Fall nachher noch umändern, wenn wir heute spielen. Weil ich hab ja auch jetzt den neuen Namen auf Smashy Dash. Deswegen... Wieso? Achso, Kappa... Äh. Du bist da jetzt anders. Hm. WAS heißt anders? Ich heiße wie früher. Jög. Anders als anders. Okay. OK. Ich hab ich grad fast so gep pastors. Obwohl du das eigentlich schon selbst gemacht hast. Achso, du hast den Job schon erledigt? Ja. Nee. Eigentlich hab ich glaub ich kriege noch. Ooh. es geht wieder los es ist so wunderschön ich habe es vermisst so ein rio was macht er in smash das falsches spiel wahrscheinlich geld angeboten bekommen zu viel geld wahrscheinlich das wollte ich gerade zu hauen und dann schlägst du mich einfach wie fies gefällt mir gar nicht da ist mich jetzt glaube ich werde aber ich habe angst dass ich meine daumen die machte meine api macht müsste meine api machen und angst haben nicht zu sterben oh gerietet so ein hund was ist das das ist so eine möglichkeit dass du dich da selbst umbringst weißt du da habe ich mich gerade gefreut nein nein yes spot dodge fuck scheiße meine wasserflasche und wie du hast doch nie lucas gespielt ich habe den ja wirklich noch nicht gespielt und schein aber mir in der liste war der als letztes sogar noch vor sogar noch vor den niekämpferdinger noch nie lucas gespielt so wir haben jetzt gesagt jetzt irgendeine legal stage gehauen was gibt es denn schönes wir haben biasa delphine haben wir gesagt ne ja es gibt viele moment es gibt auch treeblend zum beispiel und 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 kirby ja alles mögliche also halt die n64 kirby nicht die große kirby ja natürlich und bei den omegastages weiß ich nicht ja sagen einfach alle omegastages ja hallo 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 das ist nicht das was ich machen wollte ey das ist was macht der denn der hat so komische moves die rauskommen obwohl ich sie nicht mache genau so nein ach ja schuldig der dodge ist ja auch jetzt immer gleich anders ne ja es gibt jetzt den melee dodge so gesehen was ganz gut ist weil dann ist es echt scheiße wenn man einfach dodge raushaut also so oft wie hier raus gehauen wird weil die leute wenn es in luft sind die deutschen ja eigentlich immer ja genauso dodge wurde allgemein genug was ich super toll finde hier geil was halt echt einfach nur gespand wird ja ich merke aber gerade kommt auch wieder rein so langsam ja uah 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 Schade, doch. Ich weiß nicht, was da rankommen wird. Aber das ist voll der coole Buff. Auch wenn es mich wundert, dass es dich überhaupt tritt, weil du so witzig bist. Was? Achso, Lukas. Achso. Au! Stock! Ganz ruhig, der Smash. Was sonst? Es wäre langweilig, wenn was anderes nicht geben würde. Irgendwie schon. Bei uns irgendwie schon. Nein. Ich bin nicht traurig darüber. Sagen wir es mal so. Also, es sollte mich traurig machen, aber ich habe es aufgegeben. Sagen wir es mal so. Warum fühlt es sich an, als würde ich besser spielen als in den Aufnahmen? Obwohl ich nicht gespielt habe jetzt. Äh, was? Da merkt man einfach, man muss nicht mal wirklich... Manchmal reicht es auch einfach mal nicht zu spielen, um besser zu werden. Es ist halt wie Fahrrad fahren, das verlernst du halt nicht. Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Ich wurde von dem Smash erwischt. Von DEM Smash. Ähm. Das ist peinlich. Oh. Bup, bup. Nein. Nein! Ich wollte nicht... Sprengen. Ich... Ich bin nicht feuchtbar. Was passiert hier? Nein, was? Warum? Das war mein... Das war mein Stöckchen mal wieder. Der Stock ist gut. Warum? Oh. 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 Der haut einfach mal den Stock aus. Bup. Oh. Oh. Ich mache mich kaputt. Pass auf! Warum dash ich rein? Ach ja, ich bin ja kein... Ness. Der funktioniert ja anders. Ja! Das ist nicht die Eid, glaube ich. Ich war eher grad verwundet, dass es mich nicht findet. Hm. Naja, Delfido hat ja... Die Grenze da oben ist ja selber irgendwie. Gucken. Gucken. Nein, auf! Ah, hier. Stock Nummer 3. Ich habe ja keine Ahnung, was bei dem Spiken können. Außer als... Bei dir? Ja. Ich glaube einfach nur dein Down-Air. Weiß aber nicht. Fuck. Alleine, weil das funktioniert, dann wüsstest du mich eigentlich dafür bestrafen. Oh, Mann. Oh. Nein! Okay, okay. Haben dich jetzt wirklich drei meine... Dreimal deine drei Leben smash gekillt mit dem Smash gekillt? Ja, der Down-Smash ist okay. Der geht ja relativ schnell raus. Aber der Ab... Äh, der, der... Ja, gut. Mit dem Up-Smash habe ich dich ja nicht gekillt. Ja, bestimmt. Äh, 2 zu 0. Jo. Easy. Von wegen noch nie Lukas gespielt. Aber übrigens, ähm, der Grund, warum man noch nie Lukas gespielt hat und warum er jetzt dran kommt ist, weil er sich erst Lukas gekauft hat. Ja. Ja. Dass wir hier auch wirklich das so machen können. Von wegen... Durch... netten schon wäre. Ja. Ne, ist ja egal. Ja, ist... Ja, ne, man muss ja immer gesagt haben, ne? Also... So. Das war... Der Kaff, der geht an den Kappa. Yay! Mal schauen, ob du aufholst. Ich weiß gar nicht, wie es steht. Aber... Ich glaube, du... Ich glaube, du bist auf jeden Fall in Führung. Ich glaube, ich habe die zwei Siege am Anfang bekommen und danach weiß ich nicht mehr. Ja, gut. Ja, ähm... Ich glaube, danach hast du eine Siegesserie aufgespielt. Ist aber nicht sicher. Ich weiß nicht. Egal. Ich werde mal die Folge überzeigen. Schaut mir im Kamera vorbei in der Beschreibung. Warte mal, du... Letztes Jahr... Auch andersrum, bitte. Dankeschön. Und Discord-Server auch in der Beschreibung. Voll sexy. Yeah. Cheer up. Bye, bye.